Adam, Willkommen zurück auf dem Betze. Wie ist es für dich jetzt wieder hier in Kaiserslautern zu sein? Danke dir. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier bin. Ich habe schon gesagt, dass wenn ich gestern nach Kaiserslautern gekommen bin, ich habe Gänsehaut bekommen. Also für mich nur alles positiv. Was waren die Gründe dafür, dass du jetzt wieder hier beim FCK bist? Also ich habe schon hier gespielt. Ich war sehr glücklich hier und ich freue mich, dass ich hier bin. Und das war mein Ziel, wieder hier zu spielen. Und ich will der Mannschaft helfen und gemeinsam unsere Ziele zu erreichen. Du hast es ja schon erwähnt. Du hast schon mal hier gespielt. Ein paar Fans kennen dich vielleicht noch. Was hast du denn am meisten vermisst hier in Lautern? Worauf freust du dich jetzt wieder besonders? Also klar. Die Fans, Mitarbeiter, auch die Leute hier in Kaiserslautern. Ja, Fußball und natürlich Wolle. Was bringst du mit? Worauf dürfen sich die Fans denn bei dir freuen, wenn du auf dem Platz stehst? Also ich bringe mein Herz. Ich werde kämpfen und wie ich schon gesagt habe, ich werde der Mannschaft helfen und auch mit meinen Erfahrungen. Und ja, ich glaube, wir schaffen das. Da freuen wir uns drauf. Danke für das Interview. Dankeschön.